Toni, eingewechselt worden, mit dem zweiten Ballkontakt das Tor gemacht. Wie glücklich warst du danach? Ich bin sehr, sehr glücklich. Es war eine starke Entstellung der Mannschaft, der ganzen Mannschaft. Ich bin glücklich, dass ich von der Bank gekommen bin und das Tor gemacht habe. Ich habe nur ein Ziel, wenn ich reinkomme, das Tor. Ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft geholfen habe. Der Trainer hat dich eben gelobt, er hat gesagt, als er nicht gespielt hat, er hängt sich immer voll rein. Und das war auch so ein bisschen die Belohnung heute, dass du reingekommen bist. Ist das so deine Einstellung? Ja, für mich ist die Mannschaft immer wichtig. Es ist egal, ob ich von der Startelf oder von der Bank bin, ich bin immer bereit. Und heute habe ich der Mannschaft von der Bank geholfen. Egal, was passiert im nächsten Spiel, ich bin immer bereit, die Mannschaft kommt erst. Was machst du jetzt noch dieses Wochenende? Wir haben noch ein großes Spiel am Dienstag, der Pokal. Ich habe keine Zeit für das Feiern, aber vielleicht nach dem Sieg in Duisburg, große Feiern. Dankeschön. 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 Tschüss. crib cozy Untertitelung des ZDF für funk, 2017